Lennon, zieh mal deinen Schal ab! Nein, Papa! Das ist zum Schwingen! Das ist dafür gedacht, hallo! Das ist ein Sportschal! Hochprofessionell, ne? Danke zu, Merz! Das ist kaputt gegangen! Das ist ein Kralle kaputt gegangen! Was macht... Schieß! Jetzt drauf, Junge! Sehen wir noch, gut gemacht, meine O! Ey, sich kenne, meine O! Ich glaube, meine Hand stirbt ab! Sehr gut! Noch weiter! Noch weiter! Was war los? Musst du arbeiten oder was? So, Jungs, zurückarbeiten! Gell bis zur Hälfte von der Mitte? Ja, so ungefähr! Bis zur Mitte von der Hälfte, besser gesagt! Kommt drauf an, bei welcher Situation! Wenn der Ball ganz Sonne ist! Ja! Also maximal ein bisschen! 5 Meter weiter vorne, bitte! Aber meine Hände gefrieren, ich kann nicht filmen! Merz, deine Meinung zum Spiel, bitte! Was sagst du so? Nicht! Was glaubst du? Wenn wir gewinnen! Ja, wir gewinnen! Hä, das war doch gar kein Fall! Schieß links oben! Schiedsrichterbeleidung! Nein, Spaß! Fetze, nein! Ha, ja! Das ist der Leon! Ah, Leon! Das ist der Leon, oder? Das ist der große Klappe, oder? Ja! Und du warst gesagt... Wie war das, Leon? Du hast gesagt, er hat links oben geschossen und es war ein Tor, oder was? Ja! Nein! Doch! Junge! Oh, Vorsicht, der 19er ist gefährlich! Jawoll! Das ist der neue Messi hier! Schau mal an! Schau mal an! Top, top! Freya Mann! Ja! 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 Jawoll! Ah, nein! Oh, toll! Schade! Schade! Aber guck dir das! Lamborghini in OS-City! Das erste Meter, der Fall war in der Straße! Ja! Diese große Applauselstraße... Der 50! Frequenzione! Hast du ihn toll gesehen? Ja! Ich hab keine Fall gesehen! Das ist ja etwas zu interessanter! Das ist ja etwas zu interessanter! Weilen, die F dynamic! Gab's nicht? Ja, natürlich! Ich hab keine Fall gesehen! Komm, komm, komm! Joni! Joni! Oh! Ich hab keine Fall Linkedin! Spiel! Oh! 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 Ich bin auch nahe. Jungs, jetzt macht er uns Reike. Variante 2. Er hat doch gar keine Variante. Wer ist das in seinem Vater? Das heißt, wer bist du? Wer bist du? Emil. Ich bin der, in der Kami. Wer ist dein Vater? Vom Juli. Nein. Wer ist dann? Das ist ein Mann. Der ist Scout von Barcelona. Ich nehme ihn auch für Barcelona in den Spiel. Aber guck, ob gute Spiele da sind. Ja, genau. Ich glaube, ich dir auch. Ich bin der Vater von Leo. Ich bin der Vater von Leo. Hä? Da ist doch deine Mama. Und da ist dein Vater. Ach so. Doch nicht. Das ist ein Freund vielleicht. Komm, den habt ihr. Komm, komm, komm. Okay, jawohl. Druck machen, Druck. Gib ihn. Gut so. Hintermann, hinterher. Weiter spielen. Und geh. Sofort spielen. Schneller den Ball aufspielen. Frei waren frei. Schön, Amjan. Er sagt zwei, er sagt drei. Schöne. Stopp ihn doch. Ja gut. Hand. 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 Hast du angeschossen. Ausgeschreckter Arm. Ich bin sein Vater ist es jetzt. Ich bin kein Vater. Das ist ein Freund. Ich bin Sohn. Von wem? Im Eberhaus. Oh. Ich wusste nicht. Boah. Kopfball, Ken. Na ja. Der Junge war für springen gelernt. Kopfball. 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 Tiefer, tiefer. Kein viel tiefer. Wo stehst du? Na ja, ist gut. Nein, weil... Oh, schießt, schießt, schießt. Der müsste mit den 20ern die Position arbeiten. Kopf, hopp, hopp, hopp. Hol den ihr Keinen. Komm. Stark, Manu. Herrlich. Ah, schade. Ey, der nimmt ab dem Ball hin. In der Mitte steht er nicht. Kopfball. Lass den Kopf oben. Schöööön. Es fällt viel breiter, Mann. Schade. Die spielen viel zu eng. Stark, Neel. Freut Sie noch? Heut Sie noch. Schöööööööön getunnelt. Und bist du schon heiß auf deinen Einsatz? Nööööööööööööööööööööööööön. Schießt. Schade, gut. Und Kopf hoch. Jawohl, ins Aul. Manu ist da. Ah, gut, gerettet. Alle in die Mitte. Keiner macht 3-Stoss. Der war in meiner Mannschaft sehr kaputt. Bei welcher Mannschaft? SVO fährt. Wochen ist dieser Stürmer? Hallo! Ich kack euch immer andere. War das ein Elfmeter? Es ist immer andere bei euch, Kapitän, oder? Elfmeter? Nee, Eckball. Für was macht ihr die Videos? Keine Ahnung. Und nach vorne, Oli, jawohl. Tor ist leer. Aufs Tor! Zeit! Wer macht die nicht? Ja! Ah, gut, ja. War gut, verteidigt noch. Gut gerettet. Ich wusste, dass er den Schein hat. Okay. Wie denkst du, wer gewinnt? Ich? Ah, ich denke, Plieningen macht das Ding noch. Ich glaube, Plieningen gewinnt 5-1 oder so. Foul! Foul, Schiri! Gut, Oli! Gut, Oli! Gut, Oli! Schön! Stark! Der ist so lang! Ich... Der ist einfach der Schauer. Wo ist der? 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 Nein! Abseits, Schiri! Aber deswegen ist der Kapitel nicht oder was? Nein, das ist ein anderer Kapitel. Nein, das ist ein anderer Kapitel. Ach, ich bin unabseits! Komm mit Rappen! Jawoll! Ja! Gut, Scham! 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 Komm! Scham! Gut gerett! Gut gerett! Ah, schade! Scham! 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 Gut! Manu macht mit! Linie! Mach was du willst! Ja! Aber bloß nicht den Ball! Komm! Helf, Oli! Komm, Oli! Vorwärtsbewegung! Hintermann komm! Du redest zu! Zu lang! Zu lang! Jawoll! Soll ich jetzt hier rumschreiben wie der andere? Ah! Außen! Jawoll! Schön, dass er das hört! Wieso? Der könnte durchschleißen! Stopp ihn! Mach ihn weg! Jawoll! Hol die Ecke raus! Das ist lächerlich, Schiri! Das war ein ganz klarer Eckball! Das war ein klarer Eckball! Das war ein klarer Eckball! Habt ihr! Jawoll! Komm! Halt ihn um! Oh! Oh! Was macht er? Du gekifst hast aber! Halt ihn um! Halt ihn um! Pssst! Ruhig! Papa! Der Kälte ist geschehen! Da ist ja noch so ein Ball hier! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Geh mir den Ball! Nein! Nehm ihm die Hand! Ähm! Alter, bei dem Ball! Gut verarscht! Mach mal Abschlag! Dann! Mach doch einen weiteren Abschlag! Komm! Schieß doch einfach! Schieß doch einfach! Gut Emil! Du dürfst nicht alle auf den Ei regen, sonst weißt nicht was er machen soll! Ja, der ist halb unsicher! Nee! Der soll einfach gar nichts machen! Aber bevor er dann gar nichts macht, dann muss man doch irgendwas! Und jetzt? Ach, Schiri dich lächerlich! Ach, Schiri! Ach nein! Ach, Tisch! Gute Entscheidung! Ja! Ne! Diagonal! Diagonal! Oh, gefährlich! Aber ist gut gegangen! Hast du gehört? Der macht, was ich sage! Ach, Genu! Hast du! Gut, Gen! Rumpf, wir spielen! Hast du! Ah, schade! Auf geht's! Mit links dann mitnehmen! Hast du im Gegenteil? Heut sie um! tv Ja, das macht mir Spaß ideal! Aber nicht hier, wo dieser Trainer ist, da geht ja nicht! Ich bin der Manager hier, ich mache was ich will! Ich bin der Uli, der Präsident. Was ist denn Uli? Ich bin der Präsident. Der Präsident Uli Hoeneß. Falscher Einwurf. Ich darf's machen, was ich will hier. Ich kann noch das Spiel abbrechen lassen. Du musst erst mal verdienen, ob das alles zusammen so sagst. Du bist noch jung. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Halt! Halt! Ah, nicht so gut. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Ganz wenige Fehler. Der Präsident macht nur ganz wenige Falsche Entscheidungen. Das war eine Falsche Entscheidung. Der Präsident hat sich noch gerettet. Schön. Und Uli. Egal, weiter, komm. Du musst das Fußgelenk stabil halten. Dann spielst du genauere Pässe. Jawoll. Schön. Gut. Gut. Lauf bitte. Gut. Komm. Jetzt kommt. Und Kometken. Sieh. Super. Jawoll. Was machst du? Klasse, Erik. Die besten Kometatoren sind immer die Arabischen. Da sieht man gar nichts. Und wie bist du zufrieden mit deiner bisherigen Leistung? Ja. Wirst du noch nicht so richtig reinkommen, oder? Mhm. Aber jetzt hast du keine Auszeit. Das Beste ist, wenn die Tore reinkommen. Wenn du wieder reinkommst, dann machst du noch ein, zwei Kischt mit. Hier steht live Analyse. Das kommt auch irgendwann bei Bundesliga. Die Spieler werden so live interviewt während dem Spiel. In der Seitenlinie. Hey, wie geht das? Recht. Ja. Die gehen doch immer so. Und schreien in die Kamera irgendwas. Die haben schon frei angesprochen. Wiederholung. Wiederholung, Juli. Der hat doch keine Freigabe gegeben. Aber der Spieler hat aber besser gemacht. Der hat die Freigabe noch nicht gehabt vor dem Offen. Ganz besser gemacht. Daniel, hier. Jeder rein. Wer hat? Jeder rein. Der ist im Spielfeld. Kopffeld. 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 Juli, lass ihn. Komm. Tempo dribbling, Tempo dribbling. Dami, schick Dami, schick Dami. Warum spielst du nicht, Juli? Ruhig. Jawohl, schön. Schade. Er kommt gut. Nächstes Mal dribbletst du. Wir gehen mal in den Zweikampf rein. Jetzt ist es weit von mir. Das ist auch in der Schule. Guck. Hier gehen zwei mehr im Gimmick. Ich hab nicht gewonnen. Ich hab nicht gewonnen. Schönes Ding. Boah. Schade Dami. Schade Dami. Scheiße. So, wir zustellen, Jungs. Komm. Ja, dein Mann. Das macht er gut. Agi. Komm mal. Ken auch. Kretschen. Der 19er denkt auch, der ist Neymar oder so. Trotzdem gut gemacht, Ken. Nein, das war natürlich falsch. Du hatte 10. Das war schlecht. Komm, pass auf. Geht weiter. Ken, nachher bekommst du Schläge von mir. Pass auf. Aber du bist zu negativ. Das ist nicht gut. Sehr gut, Tami. Mach die Kamera raus. Die Kamera raus. Oli, geh du rein. Sturm. Auf geht's, Oli. Auf geht's, Oli. Ich bin viel zu viel im Passiv, weißt du? Die meisten Passiv gehen dann in die Säcke. Es ist wieder warm. Kapitän darf doch keinen Schmerz mehr. Oh Mann. Nee, ehrlich. So. Unser Kapitän. Du kannst auf Janis hoch bleiben. Ja. Der ist ganz hoch. Ja? Ja. Und immer eben drehen. Wenn man den einen Arm rempelt, der liegt auf den Boden. Das ist schon ein Bogle-harder Kapitän. Gut gekämpft. Agi, rechts, Mittelfeld. Schade, Junge. 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 Mach ihn weg. Hintermann. 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 Leute, ihr müsst ein bisschen Eigensingen auch spielen. Schön. Schade. Schade. Gut gemacht. Trotzdem. Der Julian steht nochmal. Komm, Ken. Hintermann. Manu ist da, ja. Ja. Jawohl, clever. Schön. Schade. Du musst den Handstand machen und dann mit der Hacke wieder ins Feld. Schlappe. Den Ball befördern. Das ist doch klar. Sonnenklar. Schlappe. Stark. Stark. Schön. Jawohl. Du musst ja auch mit Linksspieler, du bist ja. Du musst ein bisschen mehr, was soll man sagen, ein bisschen mehr zwingender. Komm, geh ins Tempo treffen, Junge. Jawohl. Tempo, Dave Blake. Schön. Komm, Linie. Schade, Junge. Schade, Junge. Ja, schieß einfach! Oh, schade! Ich hab gesagt, er soll schießen! Wird er den umbringen, oder was? Kann fallen lassen, fallen lassen! In Tempo aber, Vitei! Fallen lassen? Ja, heißt das so? Ja, okay, aber wenn man eh zurückrennt, da lässt man sich eigentlich nicht. Fallen lassen, sagt man, wenn man eh nicht gerade zurückrennt. Ich weiß nicht. Fallen lassen. Die Position ein bisschen verändern. Ja, ich hab gesagt, fallen lassen im Tempo aber, bitte! Ja, jetzt nehmen wir! Das erinnert mich an Markus. Er spielt gegen Frankfurt. Was macht der? Also in der Halle. Er wechselt, aber mitten, wenn die Einräume haben. Ken! Gut gemacht, Ken! Komm, er hat richtig kämpfen! Gut, Merz! Wir spielen, jawohl! Herrlich! Gut gespielt! Jetzt aber! Schade! Schade! Schön! Geh herauf! Weiter, jawohl! Halt und rauf! Stopp ihn! Gut! Direkt steht! Hand! Schade! 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 Tiki-taka! Ausdruck! Halt und rauf! Schade, der Torwart! Ein wacher Innenverteidiger spielt nicht im Goalie. Aber wenn er allein ist gegen einen? Geil. Gut, Aki! Jawoll, schade! Aja! Geh dein Mann! Schön, Aki! Weiter! Das war aber von hinten, gell? Das ist nicht in Ordnung. Komm, der Merz steht, Spiel! Warum schwärzt du nicht? Ich hab mal eine Hand gehabt, bevor du auf dem Boden bist. Schön! Komm, Tempo-Tippen, Bruder! Ah, schönes Foul gezogen! Jetzt weißt du, wo du drin bist, Kamel? Ja, dafür! Lackier doch in die Mitte! Schöner Freistoß! Juni, guter Ball! Guter Pass! Holzinom! Holzinom! Ist mir egal jetzt! Weg mit seinem Bein! Weg! Gut! Gottmär! Nicht, dass sie hier mal mit dich im Körpereinsatz gehen! Ich geh noch mal rein! Na, Blut! Na, Blut! Kretchen, bitte! Hoch zum Kopfball! Schöner gehen! Kopfball im Geheuer durch! Mach Druck! Komm, drauf! Lauf durch! Zieh! Lauf durch! Lauf durch! Lauf durch! Mann! Okay, der kann ja Hand nehmen! Ja, ja, der kann durch! Ach, stimmt! Lauf durch! In meiner Liga, also in der C, in der D-Jugend! Lauf! Lauf durch! Lauf durch! Lauf durch! Lauf durch! Lauf durch! Jetzt, es muss Tor sein! Zieh weiter! Ne! Geh doch noch! Immer noch 1-0! Ja, das ist ein ganz... Das Spiel steht auf der Kippe! Scheiße! 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 Das kann doch 2 Meter laufen! Du hast es eben gut gemacht! Lauf jetzt, lass uns! Komm, Willi, den Hasch! Komm, Merd, die Beam! Na ja, schon mit Zinnangreifen! Egal! Nächstes Mal mit gestrecktem ins Gesicht. Aber weiter so, aggressiv! Geh tiefer, geh tiefer! Boah, Christiano Schuss! Komm, Merd! Merd! Warum, bitte! Ja, der Gegner darfst du halt! Weiter, weiter, Juni! Merd! Wer hat? Wer hat? Wer hat? Wer hat? Wer hat? Wer hat? Ja, komm, ruhig! Jawohl! Und noch das Tor! Schön! Das ist es! Ah! Schön, Juli! Komm, Juli, mach noch eine Kanone! Ruhig! 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 Klasse, Manu! Guck mal, Mitte! Jawohl, schön! Agim, ruhig! Hast du Zeit! Druck, Druck! Angehen, Merd! Das war alles geplant! Ja! Schiri! Komm, schnell! Spiel! Gut! Gut! Und der Kick, das ist einer von beiden! Ich war bei Barcelona! Es ist wahr! Sehr! Merd! Sehr gut! Aber der hat... Neun! Gut, Damian! Hast du das mal gesehen als Podolski von der eigenen Hälfte? Also ne, von der Gegnerin Schälfte im Riff was zum Torwart gemacht hat? Was ist denn? Sehr gut! Zart, zart! Boah! Klasse! Klasse! Abfluss! Ah! Neun! Neun! Super gespielt! Klasse! Du, Liga! Eieee! Ich glaube, es geht nicht! Nee, du! Nee, du! Klasse! 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 Jetzt spiele er in Außen! Boah, ist ein Pass! Aaaaaah! Ne, aber eigentlich kann ich kein Vergeil passen! Aber letztens noch meinte, er wäre schon gut, so! Ja, ja! Komm, du! Das hast du! Hm? Ja! Er hat nicht verhofft den Lauf! Vor den! Auf den Aufbauflaschen! Boah, ist das Ding! Und wenn er aufs Klo geht? Nee, ich schmecke! Fühl ihm auf die Knochen, Junge! Boah! Das heißt doch so, oder? Fühl ihm auf die Knochen, oder? Ich dachte, ich würde jetzt... Fühl ihm auf die Knochen! Nee, fühl ihm auf die Knochen! Oder? Kann ich nicht den Spruch! Das hat doch mal der... Olli! Olli! Nein, das hat doch der Dinger gesagt! Ja, ist er. Trainer Ludwig, glaube ich. Nee, fühl ihm auf die Knochen. Nee, fühl ihm auf die Knochen. Doch, das gibt's. Ah, schade! Komm! Komm, Krej, Junge! Gut, wir haben! Der war eh schon aus! Der war schon aus, Ciri! Aber dann stoppt er! Nicht, dass er durch will! Da hast du auch das Netz noch, da kann er noch abdessen! Komm, Krej, Junge! Komm, Agim! Jawohl, Juli! Wir sind Juli! Und komm wieder! Echt, Echt, Echt! Oh, das macht man nicht! Holli, lass doch! Was macht denn? Der hat doch nicht getestet! Nein, der war schon! Nein, der war schon! Aber der war nicht! Boah! Das ist ja auch noch Schuschtechnik! Boah! Mann, hey! Ruhig, ruhig! Ruhig, ruhig! Komm, verhust! Jungs! Söhn Arbeiten! Schickel sind! Söhn zum Ball! Zu Ball! Au, hi! Nee, das ist ja logisch, wenn du's vorbei… Ja, dann abschießen! Und zum Abschießen, mein ich das eigentlich… Der ist doch nicht warm! Was gehts? Man sieht nichts. Auf dem größeren Bildschirm sieht man dann nicht mehr. Gut. Gut gemacht. Auf, auf Julian, was gehts los? Jawohl. Los! Scheiße. Hast Zeit, nimm ihn an. Gut, Neil.